Verfluchte Liebe Son Kim Rae Kapitel 1 Stürme über tiefem Wasser Achtung, dieses Chapter ist durchgehend ein Flashback. Flashback Ich schaffte es nicht mehr, ihn aus den Augen zu lassen. So sehr ich mir auch Mühe gab, es gelang mir nicht. Nach seinem Kommentar an der Treppe war es unmöglich. Er wollte mich nicht teilen, mit niemandem. Und was war mit seinem dunklen Meister? Demjenigen, der mich töten wollte? Was sollte ich davon halten? Ich hatte ihn schon früher nicht einschätzen können, doch nun brachte er mich zu allem Übel auch noch vollkommen aus der Fassung. Ich konnte seine Blicke spüren, so wie er wohl auch meine spürte, und was ich in seinen Augen sah, war klar. Es war Verlangen. Das gleiche Verlangen, das mich beherrschte, wenn ich ihn ansah. Das war die eine Seite, die, mit der ich nicht wirklich ein Problem hatte. Das Spiel, welches wir spielten, gefiel mir. Die andere war der Fakt, dass er offenbar eifersüchtig war. Wie sonst sollte ich deuten, was er zu mir gesagt hatte? Und obwohl ich es nicht wollte, wusste ich doch, dass sich dadurch etwas verändert hatte. Er hatte einen weiteren meiner Schutzschule durchbrochen, war ein wenig tiefer unter meine Haut gedrungen, kam meiner Seele etwas näher. Zu Anfang hatte ich ihn mit den gleichen kalten Augen betrachtet, die ich immer für ihn gehabt habe. Er spielte ein Spiel, okay. Ich war nicht der Kerl, der Nein sagte, wenn er verführt wurde, und von ihm verführt zu werden, hatte seinen Reiz. Er sah verdammt gut aus, und das war mir nicht erst durch den Kopf gegangen, seit er mich auf dem Bahnhof so seltsam angeredet hatte. War ganz einfach eine unbestreitbare Tatsache. Ich wäre zwar nie auf den Gedanken gekommen, ihn zu verführen, doch wenn er dieses Risiko einging, konnte ich es natürlich auch. Das erste Mal hatte sich etwas verändert, als er mich im Kerker geküsst hatte. Das ging schon ziemlich weit. Jemanden zu provozieren, mit Worten zu locken und Versprechungen zu machen, war eins. Taten folgen zu lassen, etwas ganz anderes. Eigentlich hatte ich ihm danach aus dem Weg gehen wollen, doch irgendwie war es unmöglich. Er schaffte es immer wieder, mir in die Quere zu kommen, und etwas sagte mir, dass er mich immer weiter gelockt hatte. Nach dem Quidditch-Feld gab es kein Entkommen mehr für mich, wohl vor allem, weil ich zu ahnen begann, dass er halten würde, was er versprach. Die Eifersucht zur Tatsache wegen Blaze war nur ein winziges Hindernis gewesen, für ihn kein Problem. Ich glaube, er wusste, dass er mich so weit hatte, dass ich ihm auch ohne weitere Anstrengung folgen würde. Und ich war ihm gefolgt, und langsam aber sicher machte mir das Ganze Angst, denn trauen konnte ich ihm nicht. Trauen würde ich ihm niemals. Er gehörte dem Unnennbaren, das hat er schon immer klargestellt, doch wie in aller Welt war es dann möglich, dass er mir auch nur ansatzweise Gefühle entgegenbrachte? Eifersucht war ein Gefühl, wenn auch kein besonders schönes. Er hat es selbst verspürt, als ich ihn mit Blaze hatte flirten sehen. Einfach ekelhaft, doch ich war nicht dagegen angekommen. Ich wollte ihn für mich, so wie er mich für sich wollte. Resultierte diese Eifersucht aus seinem Besitzanspruch auf mich? Ich wusste es nicht, doch es irritierte mich. Es ging mir unter die Haut, und das war nicht gut. Harry, hey Harry, wo bist du mit deinen Gedanken? Ich hab dich schon zweimal gerufen. Hermine tauchte mit einem strahlenden Lächeln neben mir auf. Inzwischen fühlte ich mich dabei nicht mehr wirklich wohl. Kommst du mit in die Bibliothek? Nein, ich hab gleich Quidditch-Training und muss mein Zeug noch bringen. Schade. Es war ihr Ernst, das konnte ich sehen. Augenblicklich beschloss ich, das auch in Zukunft zu vermeiden. Wir sehen uns. Sie blieb stehen, und ich hastete weiter, froh, eine plausible Ausrede gehabt zu haben. Im Schlafsaal wechselte ich hastig meine Klamotten. Ich war ziemlich spät dran. Als ich ein wenig später das Quidditch-Feld erreichte, war Ron ungehalten, und ich nur ein paar Minuten zu spät war. Mann, wo bleibst du wieder? Kannst du auch mal pünktlich kommen? Äh. Nun ja. Ich musste zugeben, dass ich meistens zu spät kam. Doch eigentlich war das egal, und er hatte sich noch nie darüber aufgeregt. Sorry. Setzt sich betreten nach. Macht euch an die Arbeit, Tempo. Der Ton sagte mir ganz klar, dass mein Freund schlechte Laune hatte. Eine halbe Stunde später wusste ich, dass sie sehr schlecht war. Scheiße, Ron, was soll das? Wenn du mich vom Besen haben willst, musst du es nur sagen, dann steige ich ab. Er hetzte mich jetzt, seit wir angefangen hatten, mit Klatschern, als hätte ich im Spiel gegen Scytherin nicht bewiesen, dass ich ausweichen konnte. Wir spielen als nächstes gegen Ravenclaw, die sind verdammt stark. Zuerst spielt Ravenclaw gegen Hufflepuff. Wir haben also noch Zeit. Das ist mir egal, du musst fit sein. Je eher wir anfangen, desto besser. Kevin, Seamus, nimmt ihn hart ran. Und weg war er. Hey! Doch ich hatte keine Gelegenheit, mir etwas zu sagen. Seamus und Kevin taten, was Ron ihnen gesagt hatte, und nahmen mich hart ran. Sehr hart. Als ich noch mal eineinhalb Stunden später unter der Dusche stand, tat mir alles weh, und ich war stocksauer. Sorry, Harry. Seamus betrachtete mit verlegener Miene den Bluterguss auf meiner linken Hüfte. Es war sein Klatscher gewesen, der mich zum Glück ziemlich weit unten vom Besen gehauen hatte. Unsere Treiber waren in diesem Jahr wirklich gut. Mach dir keine Gedanken, Seamus. Du hast nur gemacht, was er gesagt hat, und wie du siehst, hat er ja recht. Ich brauch Training. Setz dich höhnischer nach, als beabsichtigt. Seamus wollte gerade etwas entgegnen, als Ron in der Tür erschien. Harry, alles okay mit dir? Ich funkelte ihn wütend an. Alles bestens, Ron. Alles bestens. Ich rauschte an ihm vorbei und beeilte mich, in meine Klamotten zu kommen. Ron war so verblüfft, dass er kein Wort mehr rausbrachte. Ich hetzte gerade eine der Geheimtreppen hinauf, um ja so schnell wie möglich hinter den Vorhängen meines Bettes verschwinden zu können, als ein Arm aus einer Nische hervorschnellte und mich abfing. Autsch, verdammt nochmal, muss das sein? Ich fluchte, was das Zeug hielt. Meine lädierte Hüfte hatte unsanft Bekanntschaft mit der Wand gemacht. Was ist los? Seine Hand glitt über meine Wange und hob mein Gesicht an. Seamus hat mich vom Besen geschossen. Unvermittelt begann er zu lachen. Ich klang jämmerlich, das wusste ich. Komm mit. Hey, ich! Halt den Mund und komm mit. Er zog mich durch verwinkelte Gänge, die ich auf meiner Karte nie betrachtet hatte. und verlangsamte sein Tempo erst wieder, als wir auf einem breiten Choreo-Door kamen. Augenblicklich wusste ich, wohin er mich brachte. Das ist keine Gutfie. Hab ich nicht gesagt, dass du den Mund halten sollst? Ich wollte nicht mit ihm in dieses Zimmer. Nein, ich wollte wirklich nicht. Wenn ich mit ihm alleine war, bekam ich das Gefühl, ihn immer mehr zu verfallen. Und das dürfte nicht sein. Zehn Minuten später fiel mir das dann wirklich schwer. Natürlich hat er mich genau dahin gebracht, wo ich nicht hin wollte, und natürlich hatte ich auch keine Chance gehabt, als es darum gegangen war, die gemütliche Badewanne zu benutzen, die sich im zugehörigen Bad befand. Die Wassertemperatur verbrühte mich fast, doch das vergaß ich schnell, als er begann, meinen noch immer schwer verstimmten Muskeln zu massieren. Bei dem Sturz hatte ich mir mehr als einen davon verzerrt. Du bist irre, murmelte ich total erschlagen, als er mich zum Sitzen drängelte und erneut meinen Rücken massierte. Ich stützte mich auf den Rand der Wanne und wünschte mir ein Kissen. Wohlig, warm und nun völlig entspannt waren wir nach schlafen. Na und? Hey, niemand hat gesagt, dass du pennen sollst. Hm? Harry, Augen auf. Keine Lust. Daraufhin glätten seine Finger über meine Seiten. Er wusste inzwischen genau, dass ich kitzelig war. Nicht hör auf. Nicht, wenn du pennst. Diesmal kniff er mich. Ich funkelte ihn an. Er saß auf dem Rand der Wanne, arrogant wie immer und sehr mit sich zufrieden. Der werde ich helfen, dachte ich. Bedürfte keiner allzu großen Anstrengung, dass er mir voll bekleidet in der Wanne Gesellschaft leistete. Die Art, wie er mich ansah, würde ich wohl nie mehr vergessen. Nass wie eine gebadete Raubkatze sprühten seine Augen vor Funken. Er wollte gerade loslegen, als ich ihm mit einem Kuss das Wort im Mund abschnitt und begann, ihn aus den nassen Sachen zu schälen. Ich denke, diesmal hältst du besser den Mund, murmelte ich, als er schon voll und ganz meiner Meinung war. Das tat er dann auch, zumindest was die verständliche Laute anging. Wir konnten von Glück reden, dass wir Vertrauensschüler waren, als wir kurz vor Mitternacht durch Hogwarts schlichen, um unsere Schlafseele zu erreichen. Harry, wo warst du gestern Nacht? Das war ein nicht unbedingt erfreulicher Weckruf. Geht dich das irgendetwas an? Ich wandte Ron, der den Vorhang meines Bettes beiseite gezogen hatte, den Rücken zu. Die Kriegserklärung von gestern hatte ich noch nicht vergessen. Hey, wir sind Freunde? Toll, das habe ich gestern gemerkt. Ärgerlich sprang ich aus dem Bett und hoffte, dass er keine sichtbaren Spuren hinterlassen hatte. Was erwartest du von mir? Ich war sauer. Wunderbar, Ron, eine echt gute Erklärung. Vergiss es. Harry! Was? Es war wohl Glück, dass nur noch Ron und ich im Schlafseil waren. Ich hatte offenbar mal wieder verpennt. Was glaubst du wohl, wie ich mir vorkomme, wenn ich dich mit Miene sehe und sie dich anhämmelt? Lärfte Ron mich nun an und mir fiel die Kinnlade herunter. Schau mich nicht so an, es ist doch so, oder? Ich konnte nicht anders. Ich begann zu lachen. Ron, ehrlich, das ist Schwachsinn. Ich habe keine Ahnung, was im Kopf von Miene vorgeht, aber du kennst mich doch. Mann, soll ich wirklich erst einen Kerl vor deinen Augen knutschen, dass du mir glaubst? Augenblicklich war er krebsrot. Ich habe nichts mit Miene am Hut, glaub mir doch. Ein fieses Grinsen schlägt sich in mein Gesicht. Oder willst du doch noch einen Versuch? Ich ging provozierend auf ihn zu, eiskalt ihn als Vorbild zu nehmen. Ron wich zurück. Hör auf mit dem Scheiß, Harry. Nur wenn du aufhörst zu glauben, ich hätte Interesse an Hermine. Okay, okay, ich glaub dir. Da sprach die Panik. Gut. Ging sofort wieder dazu über, mich weiter anzuziehen. Bis jetzt war ich mit freiem Oberkörper durch den Schlafsaal flaniert. Und das eine sage ich dir. Wenn du noch einmal Kevin und Seamus auf mich hättest, klau ich Seamus den Schläger und dann bist du fällig. Ich war ärgerlich. Ron, ich hab dir gesagt, dass ich im Moment eine ganz heftige Tendenz zu Jungs verspüre. Glaubst du wirklich, ich würde dich belügen, wenn es um Mine geht? Kann schon sein, dass das nicht angenehm wäre, aber glaub mir, ich wäre der Letzte, der sich hinstellt und dich belügt. Wo warst du letzte Nacht? Ich funkelte ihn an. In einem fremden Bett. Das ist alles, was ich dir sage und das war nicht Minas. Nach diesem Statement verschwand ich Alic im Bad. Von uns Gesicht konnte ich mir ohne große Probleme vorstellen. Er stand mit offenem Mund da, danach grinste er und er wusste genau, dass ich die Wahrheit sagte. Als ich fertig war, stand er in der Tür und klopfte ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden. Beautycare endlich beendet, süßer. Ich warf ihm meinen giftigen Blick zu, bevor ich ihm Alic aus dem Schlafsaal folgte und zum Frühstück ging. Vergiss ja nicht, dass wir heute Nachmittag das reguläre Treffen der Vertrauensschüler haben, ja? Vergesse ich schon nicht, murmelte ich mit vollem Mund, denn ich hatte mir gerade den Rest Toast vom Frühstück zwischen die Zähne geschoben. Wir waren natürlich viel zu spät und Hermine hetzt uns zum Unterricht. Zaubertränke. Das hieß zwei Stunden Unterricht mit ihm, neben ihm, nach Snapes neuster, nerviger Sitzordnung. Ich wusste nicht, ob ich mich freute oder ärgerte. In Zaubertränke tat er, als kannte er mich nicht oder verhöhnte mich. Und er flirtete mit Blaze. Mr. Potter, ob Sie wohl in der Lage wären, nicht die ganze Zeit in Ihren Unterlagen rumzuwühlen? Wäre ich schon, hätte ich nicht das düstere Gefühl, als fehle mir die Hälfte meiner Hausaufgaben. Mein Blick traf Hermines. Sie saß neben Greg Goyle in der Bank neben uns. Ich konnte die Frage in ihrem Blick deutlich sehen. Was ist los? Hermine war Meisterin darin, von den Lippen abzulesen. Meine Hausaufgaben sind weg. Dass sie verstanden hatte, war ihr anzusehen, denn sie sah plötzlich höchst besorgt aus. Wir hatten uns mit den Hausaufgaben auf das Brauen des heutigen Trankes vorbereiten sollen. Ich hatte sie eigentlich ziemlich gründlich erledigt. Da sie jedoch irgendwie verschwunden waren, war ich nun geliefert. Ich sah Hermine mit ihrem Zauberstab herumhantieren. Als Snape der Klasse kurz den Rücken zudrehte, flackerte es schwach auf ihrem Platz und Goyle schrag zusammen. Mist! Das hieß natürlich, dass er etwas gemerkt hatte. Das war nicht gut und an dem Blick, wie Hermine ihn ansah, konnte ich erkennen, dass sie derselben Meinung war. Wenn das alles klar ist, holen sie jetzt bitte die benötigten Zutaten aus der Vorratskammer. Das geschah reihenweise. Hermine saß in derselben Reihe wie ich. In der Vorratskammer sprach sie mich an. Kommst du klar, Harry? Wieder strahlte sie übers ganze Gesicht dabei, doch ich spürte gleichzeitig, wie sie etwas in meinen Umhang schob. Was? Was hatte sie vor? Sie ließ mich nicht ausreden. Das klappt schon, mach dir keine Gedanken. Erst als sie begann, ihre Zutaten zusammenzusuchen, erdrückte ich mich in eine dunkle Ecke und sah nach, was sie mir in die Tasche geschoben hatte. Es war eine Kopie ihrer Hausaufgaben. Ich war vollkommen schockiert. Und Potter? Hat dir das Schlammblut mal wieder den Hals gerettet? Zischte es in dem Moment in meinem Ohr. Das waren die Momente, in denen ich ihn hasste. Wirklich hasste. Abgrundtief hasste. Verachtung spiegelte sich in seinen Augen. Verachtung für Hermine. Ich wusste nicht warum, doch ich schnappte ihn am Umhang. Ich stehe zu meinen Fehlern. Die Art, wie ich es sagte, war eine Beleidigung für ihn. Das wusste ich genau. Nimm deine Pfoten weg, fauchte er. Ich grinste anzüglich. Bist du sicher? Ein wütender Stoß seinerseits schob mich gegen das Regal in meinem Rücken und es klapperte gefährlich über unseren Köpfen. Beide erschrocken sprangen wir auseinander. Gerade rechtzeitig, denn Snape erschien in der Tür. Was geht hier vor? Bluffte der Lehrer, als er begriff, dass sein Lieblingsschüler der Einzige war, der außer mir noch im Vorratsraum war. Potter, dieser Idiot, hat das Mondsteinpulver nicht gefunden. Ich habe ihm auf die Sprünge geholfen. Schnarrte er höhnisch und betrachtete mich voller Verachtung. Snapes Blick flackerte zwischen uns hin und her. Er wusste wohl nicht recht, was er davon halten sollte. Er konnte ihn ganz schlechte Lüge bezichtigen. Machen Sie, dass Sie auf Ihre Plätze kommen. und Potter zehn Punkte Abzug wegen unglaublicher Dummheit. Wenn es noch etwas gebraucht hatte, um meine grenzenlose Wut weiter anzuheizen, so war es das. Ich baute in dieser Stunde so klassisch Mist, dass es für Wochen reichen würde, um Snapes lodernder Wut Nahrung zu geben. Mein Trank war gemeingefährlich und ich verwendete ihn, um meine von Hermine gekupferten Hausaufgaben zu vernichten. Dass seine dabei auch mit draufging, inklusive seines Umhangs und wahrscheinlich auch der Hose, interessierte mich nicht im Geringsten. Ich hatte es nur noch satt. Es war normal zwischen uns, das wusste ich, doch deswegen konnte ich es trotzdem nicht ertragen. Nicht nach all dem, was zwischen uns schon passiert war. Er war irritiert, das konnte ich ihm ansehen, doch das war mir egal. Für mich war dieses Zwischenspiel beendet. Von da an ging ich ihm aus dem Weg und vermied es, alleine zu sein. So ging ich auch der Gefahr aus dem Weg, von ihm gefunden zu werden. Erst war er verwundert, dann war er sauer und nach drei Tagen sorgte er dafür, dass ich mitbekam, wie er mit Blaze in einer dunklen Nische verschwand und ihr blödes Kicher nicht zu überhören war. Ich ignorierte es, doch zu diesem Zeitpunkt war es schon die Hölle und ich wusste, dass ich schon viel zu tief darin verstrickt war. Harry, was ist los mit dir? Das wurde wohl zu Hermines Standardfrage, wenn wir einander begegneten. Im Moment hockte ich in der vollbesetzten Bibliothek und quälte mich mit meiner Strafarbeit, die mir Snape aufgebrummt hatte. Nichts, Mina. Ich konnte sehen, dass ich sie verstörte, doch ich konnte ihr nichts sagen, was mich bedrückte, auch wenn es manchmal regelrecht aus mir herausplatzen wollte. Harry, hör doch bitte auf, mir was vorzumachen, du hast Kummer. Warum willst du nicht mit mir reden? Sie setzte sich neben mich und legte mir den Arm um die Schultern. Nichts, was sie nicht schon früher getan hatte, doch irgendwie störte es mich heute. Ich wusste, dass er auch in der Bibliothek war und ich wollte nicht den Anschein erwecken, als zahle ich ihm sein Verhalten mit gleicher Minze bei. Am liebsten wäre mir, er würde mich übersehen, so wie früher. Tut mir leid, Mina, ich bin schon okay. Das kannst du mir ruhig glauben. Ich grinste sie schief an, in der Hoffnung, sie überzeugen zu können. Augenblicklich schenkte sie mir ein strahlendes Lächeln und ich musste schlucken. Genau das hatte beim letzten Mal einen Streit mit Ron ins Rollen gebracht. Himmel, das Schicksal meint das Moment wirklich nicht gut mit mir. Hey, Mina, hör auf dich an Harry Ron zu machen. Er hat schon ein Bett gefunden, dem er sich versteckt, wenn er es für nötig hält. Ron war aus dem Nichts aufgetaucht. Ich kickte ihm vors Schienbein. Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Vor allem klang er gefährlich nach Eifersucht und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das der Eindruck war, den er hervorrufen wollte. Hermine sah jedenfalls vollkommen schockiert aus. War nur ein Scherz, setzte er breit grinsend nach. Ich pass schon auf, dass er kein Blödsinn macht. Ron schob sich zwischen Hermine und mich und legte nun seinerseits den Arm um meine Schultern. Nicht wahr, Harry? Sicher, Ron. Brach ich heraus und hoffte, dass er blieb, wo er war. Ein Verhör von Hermine konnte ich jetzt nicht gebrauchen und nach diesem Statement von Ron würde es ein Verhör geben, sobald sie die Chance dazu hatte. Meine beiden besten Freunde machten es mir im Moment wirklich nicht unbedingt leichter. Shit! Drei Wochen hatte ich bis jetzt geschafft. Ich wusste, dass Ron sich wunderte, warum ich immer mit ihm zusammen unterwegs war, wenn ich unterwegs war. Ich wusste auch, dass Hermine sich inzwischen Gedanken machte, weil ich so schlecht gelaunt und wortkack war, wenn ihrem Verhör in Sachen fremdes Bett so vehement aus dem Weg ging. Und ich wusste, dass ich ihn aus dem Konzept gebracht hatte. Er ließ mich nicht mehr aus den Augen, sobald er sich unbeobachtete fühlte und ich wusste, dass er nur auf eine Chance wartete, mich zu erwischen. Zwei Wochen noch, dann waren Weihnachtsferien und ich hätte es geschafft. Doch gerade eben gab Ron ihm leider die perfekte Gelegenheit, mich doch noch zu erwischen. Das Quidditch-Training war zu Ende und ich war der Letzte, der aus der Dusche kam. Meine Überraschung war Ron schon fertig. Sorry, Harry, ich kann nicht warten. Ich habe Strafarbeit bei McGonagall wegen der Hausaufgaben. Ron war es in Verwandlung ähnlich gegangen wie mir ein Zaubertränker. Ein Teil seiner Hausaufgaben hatte gefehlt und es war leider nicht das erste Mal gewesen. Auch Dean, Seamus und Neville war es schon so gegangen. Inzwischen wussten wir, was los war. Ein Zwergkobold hatte sich in Neville's Schrank eingenistet und leider hatte er eine unbestreitbare Vorliebe für Pergamente. Inzwischen bekam er regelmäßig Unbeschriebenes und hatte dank der Tatsache, dass wir von ihm wussten, Ausgangssperre. Das winzige, hellbraune Wesen, kaum größer als eine Handspanne, war so putzig und anhänglich, dass es keiner von uns fertig brachte, ihn vor die Tür zu setzen. Inzwischen hieß es Jo. Er nährte sich von Pergament, Haselnüssen und Äpfeln und fühlte sich in Neville's Schrank wirklich wohl. Ich bin gleich fertig, versuchte ich Ron zum Warten zu fahren lassen. Ich war mir fast sicher, dass er die Gelegenheit nutzen würde. Im Moment war er ohne Zweifel nur noch darauf aus. Er hatte mir schon mehrere Nachrichten geschickt, die ich ungeöffnet zurückgesandt hatte. Harry, ich bin schon zu spät. Sorry, ich denke, dass du den Weg alleine findest. Er grünste. Es war nicht das erste Mal, dass er sich über meine momentane Anhänglichkeit lustig machte. Er warnte sich ab und verschwand den Gang hinunter. Wunderbar, murmelte ich verstimmt. Wenn ich Pech hatte, hatte ich mich jetzt drei Wochen für umsonst zum Narren gemacht. Hastig begann ich, mich anzuziehen. Inzwischen hatten wir Mitte Dezember und ich wartete nur noch darauf, dass die Weihnachtsfeind endlich begann. Ich hoffte verzweifelt, dass er nach Hause fahren würde, denn sonst hatte ich ein Problem. Wieder einmal würde ich der einzige Gryffindor meines Jahrgangs sein, der die Ferien hier verbrachte. Die Weasleys fuhren nach Rumänien. Zu Sirius dürfte ich nicht und der einzige sichere Platz für mich war nach Dumbledores Ansicht Hogwarts. Ob er wohl immer noch dieser Meinung wäre, wenn er von ihm wüsste? Zehn Minuten später stopfte ich durch den frisch gefallenen Schnee und hatte wieder Hoffnung, es doch zu schaffen, ohne ihm über den Weg zu laufen. Es war inzwischen dunkel und die Schneewolken hatten sich erst mal verzogen. Millionen Sterne funkelten am samtschwarzen Himmel und Gedanken verloren blieb ich stehen. Die Stille war so friedlich und das helle leuchtete laute Schloss so weit weg. Abruppt wandte ich mich ab, um es nicht zu sehen. Ich vermisste meinen gelegentlichen Frieden. Auch das war seine Schuld. tief durchatmend ließ ich den Kopf in den Nacken sinken und starrte in den Himmel. Ich liebte die Nacht. Sie gab mir ein Gefühl von Ruhe, Harmonie und Unbekümmertheit. Nachts war ich frei. Ich wusste nicht warum, doch es war schon immer so gewesen, schon als Kind bei den Thursdays. Nacht bedeutete Freiheit, denn dann schliefen sie und konnten mich nicht tyrannisieren. Keine Ahnung, wie lange ich so da gestanden und in den Sternenhimmel gestarrt hatte, doch als ich mich umwandte, um weiterzugehen, sah ich ihn stehen. Nur ein paar Jahrts von mir entfernt, hob er sich als dunkle Silhouette im bläulichen Schnee der Nacht ab. Es war nicht zu verkennen, groß, schlank, aufrecht, ganz und gar er selbst. Resigniert seufzt sich leise. Er kam auf mich zu, als er sich sicher war, dass ich ihn bemerkt hatte und blieb dicht vor mir stehen, ohne mich zu berühren. Er sah mich nur an und ich konnte nicht anders, als seinen Blick zu erwidern. Mir erschien es eine Ewigkeit, bis er sich wieder rührte. Zögernd nahm er mich in die Arme, schmiegte mich an sich, verschmalz unsere Silhouetten zu einer einzigen. Es tut mir leid, flüsterte er an mein Ohr und wieder ging einer meiner Schutzwelle dabei zu Bruch. Flashback Ende To be continued